Curls for the Girls! Leute, heute lasse ich mir meinen Bart als auch meine Haare wieder ein bisschen in Schuss trimmen. Und zwar gibt es heute Locke. Und dazu habe ich meine Haare als auch meinen Bart extra ein wenig länger wachsen lassen, wie man sehen kann. Und ich habe mich heute tatsächlich dazu entschieden, mal wieder komplett auf Zero zu trimmen, ohne Aufsatz, sondern wirklich komplett auf Null. Und dabei ist natürlich der perfekte Fade unerlässlich. Hier wird getrimmt bis ins letzte kleinste Detail mit dem Trimmer, der Schere und dem Messer. Weiter geht's mit dem Bart. Auch hier sind die Haare etwas länger gewesen. Deshalb muss hier auch ordentlich gestutzt werden. Und um die Locken zu stylen, brauchen wir natürlich feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte, wie das Arganöl und die Defining Cream, um die Locken perfekt herauszuarbeiten. H-Spray zum fixieren und fertig ist die Lockpracht. Ich bin gespannt, was ihr zum Vorher-Nachruf-Vergleich sagen werdet und freue mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.